Also zum einen muss man natürlich ganz klar sagen, Best of Swiss Castro ist mega bekannt in der Schweiz, gerade auch in Zürich. Und es gibt natürlich viele Leute, die richten sich danach und sagen, wenn man da nominiert ist, also nur schon, wenn man nominiert ist, nicht nur, wenn man gewonnen hat, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Dadurch erhoffen wir uns natürlich, dass wir größere Frequenz kriegen bei uns.